Wenn die Tränen Trauer tragen, kannst du mal Frau Ziegler fragen. Läuft im Leben was verkehrt, hilft sie dir mit Lebenswert. Denn die Liebsten, die wir hatten, möchten würdig wir bestatten. Reden hochprofessionell, einfühlsam, originell und beim ersten Worte schon trifft sie stets den richtigen Ton. Lebenswert passt ideal, egal für welchen Trauerfall. Wenn die Tränen Trauer tragen, kannst du mal Frau Ziegler fragen. Nach Lebenswert, dem Angebot für Abschied, Sterben oder Tod. Untertitelung des ZDF, 2020